Okay, noch eins? Wäre schön, oder? Okay, danke, vielen Dank fürs Mitmachen, ich finde das ganz toll, dass so viele auch so, das merkt man ja so viel, enthusiastische Gedanken und so dabei waren und ich kann Ihnen nur sagen, nehmen Sie die Gelegenheit wahr, nehmen Sie einen Zettel oder schreiben Sie oder so und drehen Sie das Thema ein bisschen weiter und das wird uns sicherlich erhalten bleiben und wir haben ja heute auch schon wieder gemerkt, wie wichtig es ist, ein bisschen darüber zu reden, ein bisschen mehr darüber zu reden, okay? Also, bis bald, vielen Dank für die Gastfreundschaft, tschüss!